Hallo! In diesem Video zeige ich euch die Quest Stabile Umgebung anzunehmen bei El Taliste auf der verheirften Küste an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten Nehme die Quest an und darf mich zurück zum Nesavlich-Tempel begeben Nutze meinen Talaban-Volstein, ihr könnt ansonsten die Pfeife des Flugmeisters nutzen oder selbst fliegen, mittlerweile geht's, falls ihr euch die Erfolge bearbeitet habt Nutze das Portal, sollte mittlerweile bekannt sein, wie man in den Nesavlich-Tempel kommt Darf nun zu dieser Position Die Quest ist abzugeben bei El Taliste, die hier um ein anderer Platz verliefd anscheinend In der Nesavlich-Tempel An dieser Position, wie gesagt, in dieser Umgebung, sag ich mal Hier war auch die Koordinaten, wo ich Quatsch stehe Aber, ihr seht, patrouilliert die Hoff ich konnte euch helfen Ciao! Endeschön Endgesch worry Uhh Bis zum nächsten Mal.